Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Plays Legend of Zelda mit Drossmask. Aber hab ich vergessen. Jetzt wieder alleine und zwar müssen wir jetzt diesen Tempel wieder erstmal fertig kriegen. Vorher geht nämlich ja nichts. So, ich bin noch ganz ehrlich, ich hab die Melodie nicht mehr im Kopf, die wir hier brauchen werden. Das war glaube ich der Falsche. Okay, und der? Da oben. Da oben. Ja, aber der wollte ich zuerst. So, jetzt muss ich jetzt mal kurz reinkommen. Okay, ich hab ihn da noch im Kopf. Ja, Kevin ist jetzt nach Hause. Ist das auch schon ein bisschen länger er? Ja, will ich mit. Wegen dem Part davor mit diesem schönen, sauten Sound, der dort ganz kurz zu hören war. Es tut mir außerordentlich leid, das hatte ich jetzt nicht gewusst, dass das Mikrofon sie übersteuert wird. Ja, ich hab ihn mit. Nein, Moment Leute. Ja, und so. Dann muss ich gleich mal ruhig ganz kurz posieren. Gleich. Ja, jetzt erstmal bin ich fertig. So. Und. Ah, da 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 da. Ta da da. So, das läuft doch bis jetzt alles. Das ist ja nicht gut, ja. Das ist eben schon eine Truhe. Moment. Zwei fehlen, fehlen noch. Dann klotzen wir mal kurz die Map durch. Da ist noch einer, da ist noch einer. Ja, alles klar. Dann hab ich auch so einen anderen. Das ist heute die Truhe. Ich will jetzt wieder raus. Ähm, ja. Dann drehen wir hier das Bild noch eben kurz um. Achja, das wird jetzt wieder so ein... so ein schöner H3 werden, wo ich mich nicht verabschieden würde und so. Weil ich jetzt hier keine Stabu da hatte. Oder jemand, der diese Stabu führen kann. So Leute, weiter gehts hier. Und zwar hören wir uns jetzt... Oha, nein. Ah, Dreck. Scheiße. Wir werden uns jetzt die erste Fee holen. Und dann holen wir uns das nächste. Und dann wird es halt gleich noch schön machen und machen mal eine ganz besondere Rit. Ich weiß nicht, dass das wahrscheinlich niemand erwarten wird würde. Das ist ja eh, aber gleich. Ah, den Schau, aber natürlich. Oh mein go, nein. Oh mein Gott. Oh, der Dreck ist halt. Das war's für heute. So. Wir bekommen etwas. Was ist das denn? Und diese benötigen wir auch. Und ich war tatsächlich idiotisch genug. Scheiße. Also okay, dann jetzt nochmal eben. Den da. Tadaa. Okay, das hatte ich jetzt verringt. Das war's für heute wieder raus. Das ist ja scheiße. Na dann rennen wir mal eben. Das ist jetzt doch irgendwie kacke gelaufen. Das war's für heute. 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 Das ist jetzt echt scheiße gelaufen. Das ist jetzt echt scheiße gelaufen. So, jetzt dürfen wir nochmal hinrennen. Ich bin auch nicht unbedingt aufwertig gesprächig, wie man schön hören kann. Das ist jetzt. Ja, ich bin auch nicht mehr. Oh, wir suchen hier nicht gerade ein zu wenig. Ja nicht mehr! Ähm, einfach mal kurz raus. Dann die Bode hier. Was soll ich hier machen? LOL Das wird nur zu wenig. Aber es wird mir gut zu helfen. Bleib mir auf. Das heißt, es ist erstmal ein bisschen schocken. Perfekt. Fertig! Ich hoffe, das ginge jetzt so. Ich hoffe, das geht nicht so. So, und da teilt ich jetzt wiederum... Ich brauche... Das heißt, ich darf jetzt noch mal richtig schön den Weg gehen, fliegen, fahren, was ich auch mal nennen will... Stone Tower... Oh Mann, das ist echt... Und auch, ich schaue die Ehe... Das ist ein Fehl... Lef, 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 Lef... Lef, 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 Lef... Das ist so ein Effekt, was ist egal... Dann werden sie gestern... Da, da, da... Da, da... Da, 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 da... Auf, wie mein Ohr gerade am Besterben ist, ey... Ich glaube, ich rede schon wieder, wir sind jetzt nicht zu leise für euch, oder? Dann waren wir jetzt noch für die Schaffung. Also, ihr könnt mir eins glauben, es ist für'n Arsch, wenn man da hergegangen ist. Das hat man es wahrscheinlich auch, aber... Das hat man es wahrscheinlich auch, aber... Ich saß trotzdem nochmal... Das ist einfach scheiße... So... Jetzt geht er ziemlich schnell, wa? Da, da, da... Da, 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 da... Da, da, da... Da, 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 da...